Es gibt eine Sache, die mich beim Nägelmachen sehr lange sehr wahnsinnig gemacht hat, und zwar Farbverläufe. Mittlerweile klappt das aber richtig gut und ich zeige dir, wie du das auch hinbekommst. Du musst dir als allererstes dein Schwämmchen, egal welches du benutzt, an einer Fusselrolle sauber machen. Der zweite wichtige Punkt, dein Schwämmchen muss richtig schön feinporig sein und dein Farbgel hochpigmentiert. Dann nimmst du dir dein Farbgel, und egal in welcher Farbe, es klappt eigentlich mit allen Farben ganz gut, aber natürlich Farben, die sich ähnlicher sind, sind leichter zu verblenden, und trägst es auf der einen Hälfte oder auf dem ersten Drittel deines Schwämmchens auf. Danach kommt die zweite Farbe. Massiere das also richtig schön in dein Schwämmchen ein und achte darauf, dass du nicht zu viel Farbüberschuss auf dem Schwämmchen hast. Wichtig ist jetzt, dass du in mehreren Schichten arbeitest. Egal, wie deckend dein Farbgel ist, so ein Verlauf wird nur ordentlich und weich aussehen, wenn du dir etwas Zeit und Mühe damit gibst. Die erste Schicht ist eigentlich kaum deckend. Das sieht bei mir auch so aus und die wird jetzt einmal ausgehärtet. Danach wiederholst du diesen Step einfach so oft, bis du mit der Farbintensität happy bist. Bei mir waren das jetzt drei Durchgänge. Dazwischen lasse ich die Farbe aber immer 60 Sekunden unter LED aushärten. Also ein Anhärten würde ich dir hier nicht empfehlen. Lass das wirklich einmal komplett durchhärten. Danach kannst du deinen Nagel versiegeln. Ich habe mich hier für eine matte Versiegelung entschieden, weil ich finde, das Design wirkt dadurch irgendwie nochmal ein bisschen schöner. Und eigentlich wollte ich jetzt mit der klassischen Palm-Nailart in schwarz weitermachen, die irgendwie keinen Sommer auf den Nägeln fehlen darf. Zumindest bei mir nicht. Dann ist mir aber eingefallen, dass wir das Chrome-Painting-Gel haben. Und ich habe einfach mal versucht, damit eine Palme zu malen. Dazwischen darfst du nicht aushärten. Das ist ganz wichtig, weil sonst kannst du diese großen Blätter von der Palme nach unten hin nicht so schön auslaufen lassen. Und ich finde, das macht den Look gerade so interessant. Wenn du damit happy bist, dann schickst du das Ganze einmal unter die Lampe und das ist der fertige Look. Ich muss sagen, ich liebe es sehr.